Was geht ab Leute, euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Wir sind gerade hier im Hauptmenü und wenn ich mich jetzt hier einlogge, werde ich eine Belohnung erhalten, die ich gestern Abend eingelöst habe. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr auch kostenlos diese seltene Belohnung erhalten könnt. Doch bevor es damit überhaupt losgeht, Freunde, lasst mir natürlich gerne mal einen Daumen da. Und wir haben hier schon direkt die Belohnung erhalten, Freunde. Wir haben einmal Shaka und einmal Rose. Das ist sehr, 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 sehr selten, Freunde. Und man kann diese Sprays nur mit einer bestimmten Art und Weise erhalten. Wie genau, werde ich euch heute hier in dem Video zeigen. Ihr seht selber, zwei Sprays einfach auf Nacken. So Leute, wie ich bereits gesagt habe, tragt gerne mal einen Support-O-Creator-Code ein. Lasst mir gerne mal einen Daumen da. Unvergessen nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und teilt das Video mit euren Freunden, damit sie auch ganz genau Bescheid wissen, wie das Ganze hier funktioniert und damit sie das Ganze auch durchführen können. Ich erzähle euch mal von ganz Anfang an, was das denn überhaupt ist. Und zwar sind diese Sprays an YouTuber gegeben worden, die in Ozeanien arbeiten, also auch natürlich dort wohnen. Denn die Ozeanien-Server, Freunde, wurden von Epic Games sehr hart vernachlässigt. Und dann hat sich Epic Games gedacht gehabt, hey, gehen wir doch hin und belohnen die Leute dort ein bisschen. Und schenken wir denen am besten so ein, ja, so etwas Exklusives. Und diese Sachen, Freunde, bekommen wir nur, ja, in Ozeanien. Normalerweise können wir das hier bei uns nicht freischalten, aber es gibt halt jetzt Möglichkeiten und Wege, wie das Ganze doch funktionieren soll. Diese Spray-Motive, Freunde, wurden von einer Künstlerin gemalt, und zwar von George Rose. Findet man auch auf Instagram, könnt ihr ja gerne mal nachschauen, hat 14.000 Follower oder so. Ähm, und dort wurden die dann halt irgendwie übernommen. Was genau die Hintergrund-Story dahinter ist, kenne ich mich leider noch nicht gut genug aus. Aber, Freunde, ich denke mal, das sollte auf jeden Fall schon mal klar sein, wie das halt aussieht. Und ich denke mal, ihr wisst selber, wie man das am besten freischaltet. Ich würde sagen, Freunde, ich switch mal hier auf meinen, ähm, ja, PC-Bildschirm. Und dann kann ich es euch noch mal genauer zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar seht ihr es selber, Freunde, ich bin gerade hier auf dem Instagram von der nette Dame. Ähm, und die hat das halt gezeichnet, ne. Könnt ihr ja mal gerne vorbei und euch das Ganze mal anschauen. Aber es soll nicht darum gehen, Freunde, sondern es soll darum gehen, wie wir die Codes denn einlösen können. Dazu, Freunde, gehen wir auf Lachlan sein Twitter. Ja, auf Lachlan sein Twitter. Hier, Freunde, hat er nämlich immer wieder diese Codes gepostet. Und er hat auch als allererstes geschrieben, hey, die kann man bekommen, bla bla bla, das und das müsst ihr machen. Er haut schon fast den ganzen Tag immer wieder diese Sprays raus. Und die Leute sind verrückt danach, die konnte man immer nur 5000 mal einlösen. Jetzt, Freunde, kann man die hier 15.000 mal einlösen. Und jeder Account kann nur einen einzigen haben. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier theoretisch gesehen kopiert, hier hingeht und dann auf Einlösen geht, dann solltet ihr das Ganze bekommen, es sei denn, ihr habt das Ganze bereits schon, genauso wie ich. Dann, Freunde, funktioniert das Ganze nicht und dann steht da, wenn man das halt aktivieren möchte, hey, Kollege, du hast das schon, das geht nicht, ne. Und ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, auf Lachlan sein Twitter zu gehen. Probiert einfach mal diese Codes hier aus. Es gibt immer mal wieder welche, Freunde, die er halt hier reinpostet. Und einlösen tut ihr das Ganze, indem ihr auf epicgames.com, einfach fortnite.com, slash redeem. Dann kommt ihr auch auf diese Seite. Ich werde euch alles natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sowohl sein Instagram, äh, sowohl sein Instagram, sag ich, sowohl sein Twitter, als auch den Einlösebereich. Ich werde auch das Ganze, ähm, die ganzen Codes unten in die Kommentare reinposten. Ihr könnt ja mal kommentieren, äh, falls ihr auch welche habt. Aber ansonsten erklärt sich das, denke ich mal, von selbst. Nehmen, einloggen, einlösen und ihr habt zwei richtig seltene Emotes. Emotes, sag ich schon, Mann. Ich bin so lastvoll, Sprays natürlich. Und mit denen könnt ihr dann auf jeden Fall arbeiten. Ich hoffe, die werden irgendwann selten. Es gibt halt nicht so viele davon. Ihr wisst selber, Freunde, es gibt über 100 Millionen Leute, die Fortnite spielen, gefühlt. Und, äh, es gibt irgendwie nur 60, 70.000 mal den Code. Deswegen, Freunde, wenn ihr Bock drauf habt, löst das Ganze gerne mal ein. Ich würde mich dann jetzt hier an der Stelle verabschieden. Und würde sagen, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.